So, jetzt habe ich so eine Zwischeneinlage bringen wir jetzt. Die Firma Drifting Lele hat jetzt den Motor warm laufen lassen und da hören wir jetzt mal kurz eine Soundprobe. Da laufen wir jetzt gerade mal hin. Man merkt keine Katalysatoren, aber schauen wir mal. So, junge Leute, jetzt wären wir soweit. Ein letztes Mal, okay. Einmal, noch einmal. Okay. Jetzt wird er langsam richtig warm, also es geht noch lauter, aber... Stopp, stopp, ist okay. Passt, perfekt. Da fliegt schon der Staub von der Decke. Gut, dann schreiten wir mal zum nächsten Stand. Das war jetzt kurz eine Zwischeneinlage. Vielen Dank. Vielen Dank, Drift Jungs. Also, wann ist der TÜV-Termin? Morgen um 10 Uhr? Ja, gut, danke. Der ist doch kaputt. Ist kaputt, ja. Charlie, das ist Tuning, ne? So muss das klingen. Das ist doch Musik, oder? Ja, nur geil, nur geil. Und sind wir froh, dass die Schmiedehalle so stabil gebaut worden ist? Ich hab wirklich Angst gehabt um die Fenster. Ja, aber es kam schon Staub runter. Das ist Musik, das ist Musik.